Phoebe Tonkin war jetzt Teil einer Reunion, die Fans von gleich zwei total beliebten Serien erfreut haben dürfte. Die schöne Australierin besuchte nämlich ihren ehemaligen doppelten Co-Star Claire Holt und ihre Familie. Ein Foto des Treffens landete bei Andrew, dem Mann von Claire, auf Instagram. Mit dabei war die ganze Familie. Immerhin ist die 32-Jährige erst im letzten Jahr zum zweiten Mal Mutter geworden. Die kleine Elle landete dann im Arm von Phoebe Tonkin, die sichtlich happy darüber zu sein schien. Auch die Fans können ihren Augen kaum trauen und so steht in den Kommentaren beispielsweise, OMG, das erinnert mich daran, als Hayley Hope getroffen hat, nachdem sie erstmals Mutter geworden ist und sie als Familie Weihnachten gefeiert haben. Damit spielt dieser Fan auf The Originals an, die Serie, in der Phoebe und Claire mitgespielt haben. Erstere war dabei in 85 Folgen als Hayley Marshall zu sehen, während letztere in nur 36 Folgen die Rolle der Rebecca Mikaelson spielte. Natürlich ist das nicht die einzige gemeinsame Serie des Duos, wie ein anderer Fan mit diesem Kommentar deutlich machte. Ich liebe das Bild. H2O fürs Leben. Einige Jahre bevor das Duo sich in The Originals wieder sah, spielten sie in H2O plötzlich mehr Jungfrau mit. Phoebe war darin als Clio in 78 Episoden zu sehen und konnte damit ihren Durchbruch feiern. Claire wiederum spielte Emma und zwar in 52 Folgen der beliebten Serie. Die Reunion dürfte also gleich zwei Fanlager total erfreut haben.